Hallo und herzlich willkommen zurück, ich bin der Supervati und wir spielen zusammen Far Cry 6. Ja, ich würde sagen, machen wir bei Talia weiter, die Maximas. Ah, Paolo ist weg, aber ich muss trotzdem schreien. Du und ich, wir tragen den Krieg direkt zu Maria Marquesa. Das hatte ich schon lange vor. Erst hat uns ihr Kulturministerium auf die schwarze Liste gesetzt. Dann hat sie mich entführt, um mir eine Gehirnwäsche zu verpassen. Tja, wir werden die scheiß Zensoren zensieren, Dani. Ihre Propaganda, Plakate, Werbung, ihre ganze Rumpfabrik. Wir machen alles platt, ruinieren sie. Und wenn wir fertig sind, hat Marquesa nicht mal mehr genug Geld für ein Arsch-Lifting. Ihre scheiß Propaganda-Maschine hat uns unsere Stimme genommen, also bleibt uns nur noch eins. Unsere Waffen. Und das war's? Ich dachte, da kommt noch was. Ja gut, dann benutzen wir unsere Waffe. Drei Kilometer entfernt. Wir werden mal gucken, wo wir da hin müssen. Ähm, da müssen wir hin. Okay. Dann würde ich sagen, springe ich von hier ab, wa? Jo, springe ich von hier ab. Geht ein ganzes Ende schneller. Und dann schön mit Wingsuit. Ich schicke dir ein Foto von Marquesas Propaganda-Trucks. Tut mir leid, dass du ihr Gesicht sehen musst. Ein Grund mehr, sie auszuschalten. Seit Castillo an der Macht ist, hört man nichts als ihren Scheiß-Propaganda-Dreck. Macht sie fertig, Dani! So, wir sind schon wieder in der Flugverbot-Zone. Aber irgendwie wollen die uns jetzt nicht. Oder ich bin zu klein. So. Mal gucken. Na dann räumen wir mal auf. Hat er uns denn nicht gesehen? Ich weiß, dass du hier bist. Zeig dich. Ich war für 10. Oh. Den machen wir mit. Nach hinten, kümmern ich. Auf einer Skala von 1 bis 10 bist du eine 11. Ja, stimmt. Ich hab gerade noch nach Missionen geguckt. Und diese mit diesen kommenden Professor da, die ist immer noch da. So, den haben wir. Oh Gott, jetzt bin ich mitten drin, ne? Was machen wir? Was machen wir? Wir machen das erst mal kaputt. Da kommt keine Verstärkung. Da ist noch einer. Ist nur der eine? Oh, da ist dann noch einer. Ja, das war nur der eine. Hier ist eine Leiche, wo ist? So, den haben wir. Hier hat uns einer gesehen. Da hinten ist einer. Oh Mann. Vielleicht geht's hier wieder los. Ich merke das schon. Ja, da geht's los. Da geht's los. Wo haben sie uns gesehen? Da hinten ist er. Geißer. Ob wir den haben. Den habe ich. Vielleicht wieder nachladen. Da hinten ist er. Ist er voll? Ich glaube, der war voll. Du sollst bewachen und nicht saufen. Freundchen. So. Scheiße, scheiße. So, den habe ich auch. Komm her, komm her, komm her. Noch einen noch. So, den habe ich. Einen noch. Oh. So. Oh, das war doch. Viel wird es anstrengend, muss ich sagen. So, Munition habe ich. Gehen wir erstmal eine kleine Runde. Und holen uns unser Staff. Okay. Okay, was ist das denn für eine Scheiß-Stator? Ab und hilf hässlich. So, hier ist noch Medikamente. Mir fehlen jetzt auch nur noch zwei Erweiterungen bei den Stützpunkts-Upgrades. Dann habe ich alles. Dann habe ich die sechs Stück ausgebaut auf Stufe 3. Aber am meisten fehlt mir Medizin. Dann kann ich hier nicht rein. Hier kann ich rein. Okay. Da kann ich nicht rein. So. Achtung los ab. Alles mitnehmen. Was geht? Medizin dreimal. Was sind das für komische Kisten hier? Ich finde sie auf der Hauptstraße in der Umgebung. Nö, 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 nö. Wer ist rum? Und die Lieferkette zerstört. Ach so, die Dinger muss ich kaputt machen. Okay. Und ich muss noch ein paar Na, hoch da. Und ich muss noch ein paar Dinger, äh Gucken wir mal ein paar Bilder. So, hier oben hatten wir doch zwei oder drei Gegner. Ja, da liegen sie noch. Da ist zum Beispiel ein Fahrzeug. So. Medizin. Wird super. Bevor wir hier Trouble machen, will ich hier aber noch einmal rein. Wenn ich da dann reinkomme. Da komme ich nicht durch. Aha. Da ist noch eine Da geht es auch nicht durch. Oh, da ist ein Schriftstück. Ein Sammler-Schriftstück. Ja. Und eine Kiste. Alles klar. Oh, noch mal wieder ein Scharfschützengewehr. So. Ich buddieren die von alleine. Ach, Schuss. Ja, süße. Okay. Und die da? Okay. Das geht also. Ja, Gott sei Dank habe ich die andere, die Handschuhe an. So, die. Hier gehen. Alles klar. 35 Prozent. Ja, noch mal. Die lasse ich auch mal. Vielleicht explodieren die ja so. Dann kann ich Munition sparen. Das geht. Das ist fällig. So, wie viel haben wir? 65. 75. So, das. So, 95. Den einen noch. Hier, komm ja. Und da ist noch Medizin. Das hole ich mir natürlich. So. Oh, Moment. Boom. Ich glaube, der hat sich selbst in die Luft gejagt. Da kommen sie. Scheiße. Truck. Oh. Oh Gott. Mann, 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 Mann. Oh Gott. Und ist wieder der Hölle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh da weg. Scheiße, da. Mann, 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 Mann. Heil. Okay, dann. Das dauert verdammt lange. Wird das mal so sagen, gell? Und ich bin schon wieder fast tot. Das ist zum Kotzen. Okay, da ist er. Ich häng' ihm fest. Oh Gott, wo sind sie? Die sind, glaube ich, drinnen, oder? Stirb, verdammt. Nur noch 60 Schuss in dieser Waffe. Oh, Mann. Habe ich die Panzerfaust? Jo, okay. Boom. Wechsel und weg hier. Und weg. Und weg. Aufgabe haben wir auch, äh, geschafft. Ich glaube, wie komme ich denn hier durch, hier? So. Oh, oh, nil. Oder, nil. So, müssen wir die denn jetzt, äh, zerstören? Einmal kurz gucken. 85. Den kann ich gar nicht zerstören, oder was? Ne, geht gar nicht. Das ist ja blöd. Gut. Wir gucken, äh, hauptleine. Ja, dann muss ich irgendwie auf der Hauptstraße, ne? Da ist noch Material. Das müssen wir von der, äh, die Bilder von der alten haben, ne? Wie war das? Okay, da ist noch was. Okay, Maschinengewehr haben wir verdient. Wir haben wenig Munition jetzt. Das sind unsere. Ah, da ist ein Bild. Okay, gucken wir mal. Da habe ich aber auch noch einen. Schuss hier. 85, boom. Da war's. Alles klar. Hör zu, ich hab mich um die Propaganda gekümmert. Und wie du das hast. Jetzt was Größeres, ja? Hab gehört, dass die Wichser eine neue Antonstatue am Plaza der Präsidenten aufstellen. Anders kriegt der Typ wohl keinen mehr hoch. Ich erledige das Teil hier. Silvio, Drecksack. Ja, anders kriegt er keinen mehr hoch. Okay. Gucken wir mal, was haben wir hier? Weck mich! Rekord! Das war ein fetter Ewa. Tausend Meter. Wir gucken, wie wir da am schnellsten hinkommen. Ja, dann würde ich sagen, von hier, ne? Ja, von da kann ich nicht. Aber von hier. Schauen wir mal mit dem Ringsuit. So. Ja, das geht rucki zucki. Da ist ein Tümpel. Da ist eine Sperre. Okay, 200 Meter. Und Fahrtschirm öffnen. So. Ach, da sind die scheiß Wölfe wieder. Und Kjolken oder was das auch immer sind. Alles klar, jetzt gucken wir mal. Also. Wir haben, äh, Zerstörer, Antonios, Statua. Okay, wo ist denn die? Oh, da ist... ...ein Panzer. 100 Meter. Alles klar. Talia, ich bin bei der Statua. Kugeln werden da nicht reichen. Ich muss hier irgendwie in die Luft sprengen. Tja, dann musst du wohl kreativ werden. See. Dann müssen wir mal kreativ werden. Dann werden wir kreativ. Wir gehen erstmal hin. Oh, ich weiß das jetzt auch nicht. Hey, hey, hey. Jetzt ruhig bleiben. Augen auf, Dani. Okay. Hier sind übelst viele Leute. Okay, da haben wir ein Maschinengewehr. Da ist einer. Und den. So, den haben wir. Ob wir den dann mit den... ...spitzielle Einheiten, euer Clara. Okay, das geht. Gleich nachladen. Ich erinnere mich auch mal. Dann ist der schon mal aus der Gleichung raus. Wie kommen wir denn da hoch jetzt? Ist da hinten noch einer? Hier rechts höre ich was. Wursa, 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 wursa. Scheiße. Verdammt nochmal. Oh, was wird das denn jetzt? Oh, John, ist die Welle wieder los hier. Oh Gott, das wollte ich nicht. Ich wollte... Okay, 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 okay. Komm ich da erst mal hoch. Nein, hoch. Okay, ist... ...ersteckend ruhig. Hey, was war das? Was war das? Der Panzer? Da ist ein Panzer. Okay, den habe ich auch. Die Dame. Und wie komme ich da jetzt hoch? Ob ich hier im Bullen mit dem Flugzeug hin muss? Oder steht hier ein Panzer in der Nähe? Okay. Okay, was machen wir? Panzerfaust habe ich noch ein bisschen. Ich denke, wir erst mal den Panzer. Okay. Okay. So. Moment mal. So. Wo ist der Panzer? Wo ist der Panzer? Daliya, dann fertig. Gut. Das wird die Schlampe Millionen kosten. Ich sag's dir. Du klingst nicht sonderlich glücklich. Tja. Millionen bringen mir nicht zurück, was ich verloren habe. Aber schon okay. Wir fangen ja gerade erst an. Okay. Das haben wir. Da kommt noch einer. Wir sollten der Wahrheit ins Auge sehen. Maximas Matanzas ist nicht zu retten. Ich gehe noch mal zu ihrem Lager, um mit Taliya zu sprechen. Gib sie noch nicht auf, Klader. Deine Entscheidung. Deine Entscheidung. Ja. Gut. Das machen wir aber. Was haben wir da oben? Hier. Schritt 5. Vergib deinen Feinden. Okay. Das ist ja von den Rückenprofessor. Das machen wir so nebenbei. Okay. Wir sind aber am Ende der Folge angelangt. Lass ein Like da. Lass ein Abo da. Schreib mir schnell in die Kommentare. Ich würde mich früher überfreuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bei Fuckwise 6. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss. Tschüss.